Hallo, da bin ich wieder, eure Sabine Blumenthal. In diesem Video über das Ohr geht es weniger um das Ohr selbst und wie wir damit hören, sondern vielmehr darum, was wir hören. Du lernst also heute, was Schallquellen sind und wir klären die Begriffe Schall und Frequenz. Besondere Voraussetzungen für das Verständnis dieses Themas sind eigentlich nicht erforderlich. Allerdings wäre es schön, wenn du dich aus dem Physik- oder Mathematikunterricht an die Begriffe Schwingung und Amplitude erinnern kannst. Fangen wir also an. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten. Probiere es am besten. Das redet wurde ihm überprüft. Vielen Dank.